um ich habe gefragt dass du wieder reitspick nein ich hab mich komplett rausgehalten ich hab gar nicht gewollt wird ich werde den Rest des Abends liegt keine Mettbewerb sucht ich hab doch gehört dass wir für Raid vorten sollen nein ich wollte ihn auch noch haben wir glauben dir kein wort wir wechseln jetzt gut jeder darf mal den Frank erschießen Hardcore Herrschaft wir erobern Alpha nehmt die Ziele ein A ist abgesichert wir übernehmen die Kontrolle der Feind hat Charlie wir nehmen ein Bravo ein cooler Typ warum hast du kein B eingenommen ich hab doch gesagt 2 Stück sind bei B nicht 2 Stück hab ich gekillt bei B noch einer an der Tür an der Tür an der Tür die nehmen B auch nicht am Ende wird erobern B oben Fenster bei B Black auch nicht ist gestorben nur Support von euch wirklich Andi mach mal zwei Schritte weiter nach vorne sonst nimmst du kein B ein lang ist wohl B siehst du kaum kommt der B das ist jetzt so ein Scheiß hier wir verlieren Alpha wieso verlebt wieso verlebt er jetzt A Leute ich geh mal kurz vor A ach wieder hab B eingenommen bin weg hier tschüss dann schick jetzt mal deine Frau hin damit die B beschützen kann ach kommt rechts außen hin also A ganz außen Helmut ach kommt wieder einer zur Richtung A hinter dir sie wie einer uah in der Küche ist richtig was los 2 Stück am Pool Pool Party cool leck ich auch hin yeah wir verlieren B wir verlieren B feindliches Spionage Flugzeug im Alp feindliches Spionage Flugzeug im Alp mehrere feindliche Spionage Flugzeug im Alp mehrere feindliche Spionage Flugzeug im Alp flugzeug kontakt ihr wolltet wait ich hab nix gemacht der Frank wollte unbedingt 5 Stunden äh 5 Stunden setzen feind hat rüber wo drinks von uns haben für Raid ich hab das auch gehört wenn ihr einmal auf mich hören würdet wenn ich das wölte falls auf Raid sitzen feindliches Spionage Abwehr Flugzeug ist in der Luft 20 mal mi 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 jetzt hol doch mal einer B verdammte Scheiße allein 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 ich hab's noch länger ich hab's noch länger ich hab's noch jetzt wollte ich mich hinlegen dann stell ich mich hin so ne Scheiße Fee ist abgesichert Dibi war totes mutig unter dem weißen Wendt B wir haben noch nicht gewonnen konzentriert euch bei uns Helmut linker Seite linker Seite Amin Helmut Oben Fenster bei dir da ist noch einer Küche Küche Fenster hab ich bei uns auf spawnen ist eh vorbei gewonnen wir verlieren wir verlieren bravo Halbzeit ihr Noobs Ops feindliches Spionageflug hier da guck ihn dir an ey durch die Bäume hast du gesehen nur durch die Betonplatte hat er geschossen also Gott sei Dank war 300 Kilo schwer da stand da zumindest mit einem Bein drin im Kreis die fette Wand war über den Kreis gelinst der Bauchlappen war drin der Bauchlappen der Bauchlappen wie eklig Ziel einnehmen wir erobern C C gesichert wir sind vorbeigezogen der Feind hat Alpha feindliches Spionageflugzeug über euch in Position Ach Helmut du gehst mir auf den Senkel Helmut 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 ich werde aber nicht den Helmut im Spiegel angehören jetzt habe ich ja wohl ach komm einrauchen 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 Wieso ist denn hier oben kämpft bei B? Der Feind hat B Na Alpha wird gesichert ich verliebt dann drehen die Spawns ich das gerade weg ach ne bitte nicht Ziel kommen gerade was von mir runter alles mit euch Alpha gesichert Alter dreckige YouTuber Queen hier wir nehmen Bravo ein wir verlieren A Feind hat Charlie eingenommen wir sind Chips So ihr wollt jugend.. da krieg ich auch hin Lagerbericht, Napalmangriff, nachher sieh'n Warum hast du das? Ich muss alles mitnehmen, was du für das Bravo wird gesichert Feindliches Spionageflugzeug im Ahlflug Ich bin ein Rundfrau Vorräte in Bereitschaft Ach komm schon Was denn jetzt mit B? Bravo gewinnen Der Feind hat euer Trost Ach du Gott den Mal ey Wir verlieren A Charlie wird gesichert Wir haben A verloren Und der C? Danke Ich bleib nicht Boah mit Tuba wieder ey Oh Mann ey C C C oder A Der hängt da jetzt am Stein bei A A wird gesichert A wird gesichert A ist abgesichert Jetzt müssen ich das für drei Mann mal sehen Wir verlieren B Zwei Stück hab ich Ein Feind hat Bravo eingenommen Wir nehmen Bravo ein Artillerie enteckt Zwei Stück durch die Mediziner An alle! Artilleriebeschuss! Wir sind zurückgefallen! Bravo ist abgesichert! Der Kampfhubschrauber ist bereit für den Einsatz! Feindliches Spionage, Flugzeug im Ansturm! Wir sind an der Spitze! Ich seh keinen! Ich seh keinen! Da läuft was! Da läuft was! Da läuft was! Ich hab keinen! Ich hab keinen! Ich hab keinen! Ich hab keinen! Fuck! Ihr Digger, 2-1! Haltet euch den Hücken frei! Waffen schafft! Wasser sofort vorbei! Wasser! Schau! Den Zweck! Die Liebauer! Wir sind sie! Achtung! Auf! Sorry, ich seh nichts! Ich bin reduce ins Ende gerade! Oh, ich hebe! Oh hier! Ja mal! Gucken sie an! Da sieht man wie der сыge bracht труд... Ich hatte jetzt der Schieße gleich rechts außen einen, weißt du, weil er den Kettchen gesehen hat. Schieße? Ich schieße mal raus. Aber da war überhaupt keiner. Da hast du keinen gesehen. Du weißt gar nicht, wie du da hinziehen konntest. Du bist ein Run-up. Du bist ein Run-up.